Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Sportvlog-Eintrag. Jetzt wird erstmal kurz Fahrrad gefahren. Ich fahre mich ein bisschen warm. Und ich fahre jetzt gerade so ein bisschen in den Wald rein. Noch bin ich nicht im Wald, aber gleich bin ich im Wald. Und wenn ich dann im Wald bin, mache ich ein paar Übungen. So ein bisschen Workout. Rosario Battaglias App ziehe ich da zurate und ziehe mir da ein paar Übungen raus. Und dann habe ich mein Soll für heute getan. Dauert insgesamt wahrscheinlich so circa eine Stunde. Und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Ich habe jetzt spontan entschieden, noch ein bisschen mehr Rad zu fahren. Ich fahre an eine andere Stelle als eigentlich geplant für die Workout-Übungen. Und dann geht es aber gleich los. Und die Musik startet jetzt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.